Du weißt vielleicht die Stadt höchstens? Keine Ahnung. Warte. Das ist Koblenz? Ich hab keine Ahnung. Wer war Koblenz und wer war Potsdam? Ja, siehste mal. Du kennst nur jeden Namen. Leute, seit Kolle und Farid Bank JBG3 gedroppt haben, hat Nimi nicht mehr derselbe. Der macht eine Hunde-Zone in jeder deutsche Knoche. Okay, aber gegen was für eine Lobby spielen wir? Die sind alle die A1. Aber ihr habt Stephen Hawking bei euch. Der ist clean. Kann ich mit einem Streamer machen? Also ich kann mit einem Streamer machen, wie wir gepistet werden, hä? Ja. Wenn er so in die Beine hat die Schnauze bekommt. Tim, gib ihm ein Bein. Ist mir egal. Irelia? Ja. Okay, verliert es. Wir können da nicht. Wir können da nicht. Wir können einfach aim-training gar nicht machen. Kurze Frage an unseren Supporter. Ja? Ist es dein Main-Account oder es ist ein Troll-Account? Das ist mein Haupt-Account. Hm. Scheiße. Was seid ihr? Brauchst du selber? Nein, nein. Das ist verrückt. Iron 4. Iron 4? Ja, ich bin fast Iron 3. Aber Maschine, Alter. Gut, dass es aufwärts geht. Aber warum müssen wir dann gegen die Arsch... Nein, der... Das ist halt safe ein Troll. In deinen Flexis performst du. Weird. Ja. Manchmal spielt mein Bruder drauf, aber das darf niemand wissen. Nein, niemand betreibt Account-Sharing. Niemand. Ich bin tot. Ja, soll ich hier ein Board pressen? Wir gehen oben wieder hin? Ja, der oder? Nö. Ja, die haben... Ach, die startet es hier, ne? Ja, Flash, Flash, Flash. Was soll ich machen? Das Einzige, was Dimmi schertet sein Samen. Was? Ich hätte einfach brauchen können. Ohhhhhhhhhh. Digga, du warst jetzt nicht ernsthaft. Ich hab grad gar nicht aufgepasst. Ich dachte, dass das schon später ist. Ich werd aber eh nicht sterben, bis ich TP wieder abhabe. Ich war grad brainded. Ich hab gemerkt, wie... Er hat's ihm geboosteten Account gekauft, das ist ein Scheißer. Als Maul. Ich hab grad gemerkt, wie Mikado das war zu TPen, als ich angefangen hab. Was? Das ist mir neu. Ich weiß, wie so hat die Rede ja schon killt. Das ist auch nicht, Digga. Ich hab schon... Ich hab pre-feeded so vor dem Game. Nein, jawoll, Digga. Perfekt. Ach ja, so. Oh Gott. Nein. Was willst du eigentlich? Was hast du dagegen, ha? Ich nehm nicht erst ernst, wenn du so in deinem Rollstuhl sitzt und vor mir bist. Digga, was machst du da eigentlich die ganze Zeit? Äh... Ist... Ist bei deinem Rollstuhl? Ja. Ich spiel so ein Champ für... für geistig. Was für... Geistig, Rollstuhl, Bro. Ich hab da hängen geblieben da halt so. Alter, Petter schickt mir gestern kurz vor 5 ein Bild von sich wie er kommt ist. Also er sah sehr drunk aus. Ist der jetzt? Der ist auf Kurzzeit. Ja, das hat er gesagt. Ey, Reda-Smith. Vielleicht mal ganz kurz ein Wort, ne? Ja. 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 Ich hab ja auch Videos geschickt mit dem Hit bis durch, Alter. Ja. Ja. Arni. Ah, RIP. Ja. Oh, das ist ja... Was wir machen können, um die Geordia zu spielen ist einfach so zu zweit. Bro, ich hab... Vorgestern nen 1000 LP Challenger mit nem Level 3 Gang mitgegen. Das meine ich nochmal. Er ist nie ein Challenger. Nein, nein. Der war auf meinem Team. Also... Hast schon richtig verstanden. Du bist gerade der 1000 LP Challenger. Und selbst Decker hast dich hinbekommen nen Level 3 Gang von mir zu verwerten. Ne, die sind aber auch scheiße. Ja, eben. Auf jedem Champ. Ich könnte Rank 1 probieren, aber der müsste dann 1-2 spielen. Das war sehr 1-3, weil ich bin eindeutig auf der Gegenteil Seite. Also... Aber ich kann eh nicht nutzen, Digga. Rudi ist gleich, ja. Ja, Rudi ist da. 1-3 heißt 1 gegen 3. Gleiches mit dem Board. Können wir uns klären. Ich trolle, Digga. Ey, geil. Ist ok, ich hab auch schon den Hit. Happens. Nice. Bennett am Performen. Die... Die Gwen fehlt. Ich bin Irelia! Komm schon, wir killen den! Ja! Ja! Lulu kommt! Ja, Gwen. Einfach... Oh, Dom! Ja, ja, ja. Lulu kommt, ne? Gwen hat 1 AP. Ihr killt auch... Ihr killt auch... Lulu. Jetzt nicht mehr. Ihr rennt einfach weg, rennt einfach weg. Alles liegen lassen, Gwen. Alles gut. Es ist da, weil ich weiß, dass Dami das nicht liegen will. Kannst du nicht einen Stun? Ja, könnte eh. Ja, ich kenn nicht, hab hier. Er hat Exons. Lulu ist gleich da. Oh, weil, Lulu kommt wieder. Lulu kommt wieder. Ja, das wird gerne. Die könnte auch hier unten irgendwo stehen, Digga. Ich fühl mich sehr unwohl. Nein, die ist da noch nicht. Top hat die P raus. Die P. Und ich hab einen leichten Hyping, ne? Achtung. Oh mein Gott. Die hat da kein Ward. Jetzt placen die da ein Ward. Wir kommen aber drauf, rechtzeitig noch. Ja, ja. Ah, ja. Okay, Digga. Exos ist draußen. Hier ist draußen. Ja, ich muss den Vigo Wave aufgeben. Oder warte, ich hab nur Wind raus. Okay, Minion autotaggert mich. Kills. Kann auch riefen zu. Okay, jetzt. God bless, dass ich meine TP nicht actually gebraucht hab. Äh, dass ich's actually nicht gebraucht hab. Ich will mir ja mal mitteilen. Diese riesen Wave. Das tut sie gerade witzig. Ah nee, gank mal mit. Das kann ich sagen. Geht, ihr kommt zu dir. Pass mal auf. Ich, ich, ich stehe mit nem ewigen, also ich hab nen ewigen Push bei mir. Meinst du ein Discord? Auf Discord? Meinst du mein neues Auto, wie findest du? Ey, geile Hacker. Ich hab nen geilen Arsch, Alter, ich find da auch. Wenn du die Lulu Stunk hast? Ja. Die haben ja nichts, oder? Aber die hat noch Flash, ne? Das kann man nicht sein. Ich hab ja wirklich dabei vergnüßt. Wie weit bist du? Jetzt bin ich fertig mit dem Miss Wally. Ich hab Q in 3 Sekunden, ne? Ja, ist... Ja, Miss Wally war schon cool, aber hat sich ein bisschen gezogen. Oh, ist das Scheiße. Ich pushe die Wave aus, ne? Ja, mach. Du kannst besser werden. Na? Na. Na? Ja? Der... 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 ... ... Ah Digga, es müssen Champions in der Nähe sein, Digga, das ist so crazy dumm, Alter, okay. Ich kann auch stayen echt schnell. Ey, da oben ist Volibear, kommst du hoch? Komm auf. Ja, so kannst du auch rufen. Wird ich hier geslowt versinken? Ja, ne, ich hab cooldowns. Liebe Gwen. Ja, dann geh raus. Ja, das war's. Gwen hat kein Ghost mehr. Sie hört mich jedes Mal so. Ich hab dir 6. Oh ja, mein Digga. Voli könnte uns maybe daher rankommen wollen, aber ich werde nach 2 Minions Level 6. Ah, Diego ist da. Ähm. Da ist ein Ward. Ja. Ah, wer haben wir? Du kannst rufkommen jetzt hier oben. Ja. Ein bisschen von den Minions reicht, oder? Nee, reicht nicht. Du kannst reinkommen. Ja, okay, da wissen wir jetzt nicht, ob die da gewordet haben. Wir können auch die Videos, er hat keinen Flash, ne? Ja, ich werde gedivet. Lullo? Lullo? Haaaaaach. Weißt du ja. Ja, dann lass keinen pushen, dann kriegen wir den Dive auch gleich. Ich hab in 7 Sekunden Double Stun, also Stun. Ich hab Old Up. Weißt du wo der Voli hingelegt? Ja, der ist runtergelaufen zu Herath. Nein, doch geht ja. Oh nein. Hast du Old? Nice. Die können halt mit Voli extrem gut diben, das halt heißt gut. Und ich bin auch echt schwach, weil ich Kale bin. Dann hätt ich Old aufgespart, Digga, dann könnten wir jetzt noch Lullo Boxen nehmen. Aber die hat auch noch Old, ne? Ja, wir hauen ab. Ja, lass ich beconnen. Doppeln mit Brockstun. Nice, ich hab Ward-Item. Die Plays in Harald Mitte, ich geh auch kurz mit Tonau. Aber ich glaub, da kann ich sowieso nichts mehr machen. Die kriegen den einen Tower und das war's. Ey, wie heißt es nochmal, diese, diese Bauer bei Tamar? Geh wir rein? Go, go. Geh wir rein? Geh wir rein? Ich hab keine Mana. Hilti? Hilti. 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 Genau die. Ha. Ja, egal. Scheiß doch, Digga. Mir macht gewinnen kein Damage. Ich liebe diesen Champ. Moli hat Fleisch raus. Ja. Ah, wo ist der an den? Ja, ich werd gleich. Stuttgart hat 7. Boah, der Playside. Ich geh links rum, ich geh links rum. Ja, ich brauch halt Dani. Ich brauch dich. Er hat keinen Q mehr. Ich hab zwei Sekunden Speed für dich. Aber wir werden die auch nicht finden können. Oh mein Gott, Digga. Ja, ja. Also das Plating würde ich gerne schon nehmen, ne? Top ist komplett over, also vergesst Top einfach, dass es existiert. Ja, das ist schlecht. Ich hab jetzt nicht im Kopf gehabt, ob du Flash noch hast. Pass auf. Ich komm jetzt zu dir, wir können den boxen, ne? So, du pass auf. Ja, lass rausgehen, lass raus. Iridia kommt von links. Die hat vielleicht Flash noch. Wenn, ist miss und hat tp. Nevermind, Gwen ist nicht anders. Äh, Woli, Ulf? Jetzt. Bye bye. Wahrscheinlich schon. Ja, Iridia wird mich, äh, Gwen wird mich jetzt wieder diven. Wahrscheinlich mit Woli zusammen. Äh, Woli war gerade... Woli ist nicht da. Woli ist mein Blues als Hirsch 4. Die diven mich auch so. Kannst gleich gucken, wann der Ding hier macht. Ich mach, der Gwen ganz von 30. Woli ist nicht so. Ja, ich übertreibe mit Woli. Echt hier? Woli? Woli an mir? Äh, Aurelia hat direkt wieder. Gernes muss, die Driftmaker haben. Was war raus, Gwen? Hier geht, hier geht, hier geht. Rängt alles aus. Woli und so sind nicht mehr da, ne? Ja, ich bin tot. Die kommen nicht diven. Die Gwen macht seinen Schatten, ne? Ich hab 7 Sekunden Slow. 2. Digga, die ist delusional, oder? Ich hab 5 Sekunden Speed für dich. 2. 4. 3. 3. Ich hab Mehr Speed. 10. Ja, lass den Tower nehmen. Die kriegen die gedaffed. Ich wep ne Q hinten rein. Nein, ich hab keinen Journal, Top und Boards. Das ist Solo Gold, ich hab Items schon. Ich kann halt Top nicht auf die Lane gehen. Nein, ich hab keinen Journal, ich kann den Swarm. Ja, gewann wird jetzt Ghost und mich runterwannen. Brauchst du noch Gold, Digga? Oder kannst du Recall? Ich waffe noch mal auf jeden Fall. Ich kann die Movement Speed gehen, wenn du die zwei Minions dann nimmst, Digga, so ist es nicht. Lass rausgehen. Äh, wir können doch nichts freiseln, Bull ist da. Dann lass Mitte gehen. Ja, ich geh wieder weg. Ja, du geh mal auf Hotline. Ey, Sergej ist Chapter 1064 noch nicht raus. Doch. Kannst gucken, ob die TCB Scans. Ja? Die haben das immer. Ist schon Freitag rausgekommen. Okay. Der hat mich leider gewonnen. Die hat ihn. Digga, ich kicke jeden, oder? Bullies auf den. Oh, fuck, Digga. Ich kicke ihn gleich bis los. Tick ihn zu late. Ich hab nicht drauf geachtet. Digga, die... Oh mein Gott, Digga, er hat so viel Damage auf dich gedrückt. Da dachte ich, wer dich jetzt gleich killt. Ja, hauptsächlich hitt der Adidas und sie one-shottet mich einfach. Cool. Ja, die sind viele. Ja, ist halt Freiderwürden, ja. Bullshit. Ich komm langsam an Bord. Noch keine Ult. Kann man gleich den Tag kommen? Ja, doch. Ja, doch, doch. Ja, der hat was gehört. Denk zu fast, dass sie das gemacht hat. Hey, Digga, ich könnte schwälen. Ich hab das gedocht. Warte, fuck on. Bullies genau hier. Ja, Digga. Was geht mit dem ab? Ja, die wollen wir halt finishen, aber so. I don't know. Kommen? Ah, ne, da ist noch. Da ist noch ein anderer. Warte. Ja, aber das ist 4 gegen 2. Lule ist gerade base gegangen. Ah, Lule hat es so ganz klar sein. Ja, nein. Ja, nein. Ich kann mit E checken. Okay. Ja, okay. Aber jetzt ist die Liga wieder da. WHAAATS? Oh mein Gott. Ripped Steven, Alter. Digga, die haben da so ein Execute Damage mit reingemacht. Mann, das ist so cringe. Ja, die Q. Oder ist das noch? Champions? Äh, Champions? I don't know. Also, sie hat ordentlich Damage mit der Q. auf der Lane gemacht, wenn sie mich nur mit 2 Schnips angehüttert hat. Ja, Digga, die haben das auch gebufft hier als letzten Patch, Alter. Huren zuhren, ey. Ja, Digga, I don't know what the hell. Egal, der mit der Pegasus kommt. Ist er der Pegasus oder ist er der Typ, der auch noch auf den Blackbit drauf sitzt? F***AR! Ist wer. Und wer ist der Typ mit Blackbit, der drauf sitzt? Der Q. Der hat die Segne ist gut. Deshalb wurde auch laut so ne Frau. Oh Wenn kommt Ja, die haben Denkst, wir kennen ihn oder was? Ja Mit Friendship, Digga? Ich, ich scale, ich scale Er macht gleich Ripters, vielleicht können wir den dauer abfangen, Digga Da ist er Oh, Dani! Mh, ich liebe es Ich liebe es Mh, ich liebe es Wir scalen, Leute, don't worry. Du auch, hä? Ja, du bist Endgame, kannst du 0.15 stehen, was du wahrscheinlich tust. Und die haben keine Chance. Ja, ich hab voll die gute Chance, gell? Ja, dann wärst recht. Ja, vielleicht Nish. Ich bleib doch noch im unteren, I don't know, man. Ich sollte Liga einfach quitten. Na, heute? Ja. Ja, für heute at least. Ich mach den ganzen Tag nur Scheiße. Ja, Irelia killt mich gleich, wenn ich Top annehmen will. Ich kann Bot gehen. Gegen Wenn ist es jetzt wenigstens angenehmer. Ich kann doch nur Spick und Irelia probieren. Ich kann nur nicht zwei Lanes gleichzeitig halten, gell? Ich kann nicht Bot ummitterhalten. Ey, genau, mein... Sie kommt halt hinterher, wenn ich Flash und alles. Das ist... Keine Chance. Ich kann nichts treffen. Sie hat geghostet und mich runtergerannt. Die gewinnt halt mit 200 ablägigen Mieterkurs. Oh, der Stumble sick. Okay, bye bye, ich bin tot, aber meins. Ah, ich krieg kein V mehr, also. Ich krieg seit 25 Minuten keine Form. Ah, Sam. Piss dich. Endlich kann ich sagen, dass nicht mein TP mich am Anfang gefickt hat, weil ich den nicht gebraucht hab, weil ich immer nur scheiße bin. Ja. 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 Ja, ich brauche die Kor windschiff vor. Ich kann nicht mal Ulz, Digga! ja ich sehe nichts mann, war sie gerade geroutet? wo wurdest du komplett 100 zu 0? die k*** ey ihre ult hat 800 damage gemacht die ult hat exekuted die ult hat exekuted damage, das ist safe ja i don't know, ich soll mich nach heute einfach umbringen so wie es läuft marco? ja? als ich vorgestern pokémon go spielen war, habe ich einfach shiny sneebel gefangen geil, ich hab es auch ja, ich hab es mal прекрасne ja an ein bisschen gesehen ja, ich hab ich gar nichtăng, real lines ja, ich hab da, ich hab ich beide 않을 etwa Last ja, ich hab das devo